In unserem Sonderthema Was ist der Christus? in Abschnitt 3 heißt es Als Heim des Heiligen Geistes und in Gott allein zu Hause bleibt Christus in Frieden, im Himmel, deines Heiligen Geistes. Das ist der einzige Teil von dir, der in Wahrheit Wirklichkeit besitzt. Der Rest sind Träume. Doch werden diese Träume Christus übergeben werden, um vor seiner Herrlichkeit zu verblassen und dir endlich dein heiliges Selbst, den Christus, zu offenbaren. Letztendlich fordert uns dieser Auszug auf, zwei Dinge zu betrachten. Wir sind eingeladen zu unterscheiden, was Wahrheit und Träumen ist. Und wir sind weiterhin eingeladen zu unterscheiden zwischen unserer spirituellen Intuition und unserer falschen Einstellung, beziehungsweise unserer Identifikation. Früher dachte ich, es würde an erster Stelle liegen, auf den Heiligen Geist zu hören. Das wäre das Ziel. Also auf meine spirituelle, geistige Intuition. Jedoch das ist nicht das Ziel. Es ist das Mittel, um ans Ziel zu gelangen. Wir können uns vorstellen, ein Trainer trainiert mit Kindern Fußball. Das Mittel ist es, den Ball ins Tor zu bekommen. Aber es ist nicht das Ziel, mit dem Ball gut umzugehen, sondern den Ball in das Ziel zu bekommen. Solange wir uns nur damit beschäftigen, gut mit dem Ball umzugehen, solange sind wir noch nicht am Ziel. Letztendlich bedeutet dies, wenn wir lernen, auf unsere innere Stimme zu hören, die den ganzen Tag zu uns spricht, dann wird uns diese Stimme ans Ziel führen. Und warum sage ich das? Viele Menschen, viele Schüler, viele Kursstudenten halten sich damit auf, auf die Stimme zu hören, jedoch nicht das Ziel zu ignorieren. Ja, ich habe jetzt dieses gehört und jenes gehört, und dann mache ich dies und ich mache jenes. Nimm du meinen Körper, nimm du meine Gedanken. Aber worum dreht es sich? Um ans Ziel zu kommen, um zu erkennen, dass du ein Christus selbst bist. Das ist das Ziel. Und wenn wir das Ziel aus den Augen verlieren, dann spielen wir halt herum mit unserer inneren Stimme und glauben, ja, jetzt haben wir sie und jetzt wieder nicht, und das war die innere Stimme und das war sie nicht, und ich habe vor allen Dingen die Fähigkeit, auf die innere Stimme zu hören und andere wieder nicht. Das können wir ewig so weiterspielen. Und was ist das Ziel? Was ist Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Und wie wir hier hören, liegt die Wahrheit jenseits aller Träume. Sie liegt sogar jenseits aller glücklichen Träume. Letztendlich liegt die absolute Wahrheit jenseits unseres Christusbewusstseins. Die Wahrheit ist Gott. Und wir sind eine Schöpfung Gottes. Das ist unser Ziel. Und so benutzen wir die innere Stimme, den inneren Lehrer, das Christus selbst, um an dieses Ziel zu gelangen. Es ist ziemlich erstaunlich. Wir scheinen menschlich zu sein und erwachen zu der Erkenntnis, dass wir Christusbewusstsein sind. Doch unsere absolute Natur ist das, was Christusbewusstsein möglich macht. Die ultimative Wahrheit ist somit undefinierbar. Doch weil sie das ist, was wir sind, kann sie direkt erkannt werden, und zwar hier und jetzt. Ich weiß nicht, wie lange du schon hier auf diesem Kanal mit dabei bist. Vielleicht dir unterschiedliche, von unterschiedlichen Kanälen immer wieder irgendwelche Informationen bekommst, und hier und da etwas hörst, und noch hier etwas liest, und den Kurs wieder aufschlägst, und noch hier eine andere Literatur, die du zufügst. Und das ist toll, und das ist klasse. Und ich kann dir heute eine Information geben, wie eigentlich jeden Tag. Solange du dein Selbstbild nicht veränderst, passiert überhaupt nichts. Du hast jetzt genügend Informationen. Aber solange du die Informationen nur als Informationen nutzt, und nichts und keine Veränderung herbeiführst, solange kannst du noch ewig diesen Kurs studieren, ohne dass wirklich etwas passiert. Worauf will ich hinaus? Ändere dein Selbstbild, und alles wird sich verändern. Ein plumpes Beispiel, das ich sehr gut von mir kenne. Angenommen, ich als Jugendlicher, ich war auf Partys eingeladen, und so weiter. Ich hatte das Selbstbild in mir, dass mich keiner liebt. Oh, da stehe ich dann wieder komisch in der Ecke rum, und ich bin zu schüchtern, und was mache ich, wenn mich jemand anspricht. Dann habe ich doch nichts zu sagen, und dergleichen mehr. Mit diesem Selbstbild bin ich jahrelang durch die Gegend gerannt und habe irgendwie hilflos versucht, Kontakte aufzubauen, zu Frauen, zu anderen Menschen, irgendwie Freundschaften zu schließen. Aber das Selbstbild, keiner liebt mich, stand im Vordergrund. Es war mein unbewusster Wille, immer wieder in die Erfahrung zu gelangen, dass mich keiner liebt. Und dementsprechende Erfahrungen habe ich natürlich gemacht. So wie du auch. Und wir wollen dieses Beispiel nutzen, um heute anzuerkennen, um heute unser Selbstbild in Frage zu stellen, das wir von uns haben. Das Selbstbild von, ich bin eine Frau, ich bin nicht attraktiv, ich bin zu dick, keiner liebt mich, ich werde ausgenutzt, Männer sind doch immer wieder dasselbe, die Erfahrungen damit und so weiter. Ich bin ein Mann, ich arbeite zu viel, keiner schätzt es, was ich tue, ich werde immer wieder zurückgewiesen, egal was ich tue, ich fühle mich alleine und so weiter. Wir können diese Geschichten ewig vor uns her fabulieren und diese Geschichten immer wieder versuchen wahrzumachen. und das ist und dementsprechende Erfahrungen werden wir haben. Die wirst du haben. Und der Kurs in Wundern, der lädt dich ein. Und solange du es nicht tust, wird nichts geschehen. Er lädt dich ein, dein Selbstbild zu ändern. Warum sage ich das heute? Weil ich immer wieder dieselben Fragen bekomme. Immer wieder werde ich angeschrieben mit denselben Fragen. Und die Fragen sind immer aus der Perspektive des Opferseins und des Im-Mangel-Seins und des falschen Selbstbildes. Und ich kann noch tausendmal dieselbe eine Antwort geben, solange sie aus der Perspektive des falschen Selbstbildes gelesen oder gehört werden, passiert nichts. Du bist jetzt Leuchtendes Gewahrsein. Und die menschlichen Erfahrungen, die du machst, haben überhaupt nichts mit der Wahrheit, die du bist, zu tun. Du bist, du kannst an deiner Natur nichts verändern. Du konntest es noch nie verändern. Und aus dieser Sicht ist es absolut hilfreich, dich als eins mit der Quelle zu erfassen, Ja, wie mache ich das? Ja, zumindest es nicht mehr in Frage zu stellen. Stelle die Lektionen nicht mehr in Frage. Stelle das, was in diesem Kurs in Wundern dir angeboten wird, aus der Dimension der Wahrheit, stelle es nicht mehr in Frage. Bejahe es. Bejahe jeden einzelnen Satz und imaginiere, dass du jetzt das Christus selbst bist. So wie du imaginierst, dass du ein Körper bist. Solange ich diesen Kurs in Frage gestellt habe, solange habe ich mich ständig im Kreis gedreht. Ich war wütend auf diesen Kurs. Ich war, wie oft wollte ich diesen schon weglegen, weil ich dachte, ich komme da nicht weiter, ich komme nicht damit zurecht. Aber nur aus diesem Grund, weil ich es in Frage gestellt habe, weil ich noch an meinem Selbstbild festhalten wollte. Angenommen, ein kleines Kind kommt auf die Welt oder eine ganze Menschengruppe kommt auf die Welt und ihnen wird in die Augen werden manipuliert. Und sie werden dahingehend manipuliert, dass nur noch alles schwarz-weiß gesehen wird. Sie setzen eine Brille auf, durch die alles nur schwarz-weiß gesehen wird. Als kleines Baby zweifelst du das nicht an. Für dich ist es völlig normal, dass du in die Welt schaust und alles schwarz-weiß siehst. Und deine Eltern auch und deine Freunde auch, deine Gefährten auch. Alles wird schwarz-weiß gesehen. Und solange diese Welt, diese schwarz-weiß Welt nicht in Frage gestellt wird, solange wirst du die Brille nicht abnehmen. Solange möchtest du sie auf. Solange möchtest du durch diese Brille schauen. Es ist ja zu deiner Gewohnheit geworden. Und diese Gewohnheit sind wir bereit zu ändern. Dieses Selbstbild wollen wir verändern. Jeder bestätigt dem anderen, ja, die Welt ist schwarz-weiß. Da gibt es Menschen, da gibt es Bäume, da gibt es dieses und jenes. Und wir müssen jetzt irgendwie zusammen, aber doch alleine damit zurechtkommen. Und dieser Kurs nimmt mir sachte die Brille ab, sodass ich nicht mehr an dieses schwarz-weiß-Bild glaube, sondern plötzlich die Vielfalt der wahren Welt erkenne. Plötzlich wird alles bunt. Plötzlich wird alles so klar. Es ist nicht mehr verschwommen. Plötzlich wird alles so deutlich sichtbar. Bist du bereit, dein Selbstbild aufzugeben, das heißt, die schwarz-weiß-Brille abzunehmen? Frage dich das selbst. Du kannst es nur selbst beantworten. Und wenn du noch Angst davor hast, dann ist das völlig okay. Es ist sogar hilfreich, zu bemerken, hey, ich habe noch Angst, diese Brille abzunehmen. Ich möchte an meinem Selbstbild, dass ich ein guter Ehemann oder eine gute Ehefrau oder umgekehrt, ich möchte an diesem Selbstbild noch festhalten. Ich möchte daran festhalten, dass die Menschenfamilie so ist, wie sie ist. Dann befinden wir uns in unseren gewohnten Grenzen. In unseren gewohnten Konstrukten. in unserer gewohnten Sichtweise. Okay, um nochmal darauf zurückzukommen. Du kannst dein Leben absolut hier und jetzt verändern, wenn du dein Selbstbild veränderst. Das ist der absolute Spirit-Hack, so könnte man sagen. Wir verändern nichts in der Welt, wir verändern alles in unserem Geist. Und dieser Spirit-Hack, der wird dir eine Welt offenbaren, die so lange fremd war, wie du an deinen Überzeugungen, Konzepten und Ideen, was die Welt ist, beziehungsweise was du bist, solange du daran festhältst. solange wird es so sein, wie du es in Erfahrung bringen willst. Wir haben gestern gehört, Glauben gleich Sehen. Dein Glaube und dein Sehen findet gleichzeitig statt. Die Welt ist ein Graugummi. Und je nachdem, wie du auf die Welt schaust, so wirst du darauf herumkauen. Und du wirst all das sehen wollen und können, was du sehen möchtest. Da gibt es Verbrecher, da gibt es gute Menschen und schlechte Menschen. Und dann gibt es dich. Und alles, wirklich alles, hängt von deinem Selbstbild ab. Ist das nicht wundervoll? Und in dem Maße, wie du dein Selbstbild veränderst, wird sich das ganze Universum verändern. Ja, so machtvoll bist du. Und hier sei noch gesagt, wir wollen das Selbstbild nicht dahingehend verändern, ein reicherer, ein Mensch zu werden, der mehr von etwas hat, was er bis jetzt nicht hat, sondern wir wollen letztendlich alles aufgeben, um alles zu haben. Keine Angst, du wirst deswegen nicht in Armut leben, ganz im Gegenteil. Du wirst die Fülle des Universums erfahren und erkennen in deinem Geist. Ich weiß noch, ich hatte lange Zeit in Armut gelebt, so kann ich es sagen, für die hiesigen Verhältnisse. Und ich war ziemlich abgestürzt mit allem und ich hatte Angst, abzustürzen beziehungsweise in Armut zu leben, wenn ich mein Selbstbild aufgebe. Das heißt, wenn ich diesem Kurs weiterhin nachfolge. Völlig verrückt, völlig abgefahren. Aber ich hatte meine Schwarz-Weiß-Brille oder meine Kontaktlinsen, die Schwarz-Weiß dargestellt haben, die waren mir extrem wichtig. So habe ich alles umgedreht. Ich habe tatsächlich geglaubt, ich werde im Mangel leben und ich werde in Armut leben, wenn ich mein Selbstbild aufgebe, ohne zu bemerken, wie sehr ich im Mangel und in Armut dahingesiegt habe. Im Kampf, irgendwo noch mehr zu bekommen oder eine bessere Erfahrung machen zu können. Und das ist ein tragisches Schicksal, wo sich der Mensch hineinbegeben hat. Es ist wirklich tragisch. Tragisch aus der Perspektive des glücklichen Traumes, des erwachten Geistes. Wie könnte dein Selbstbild heute aussehen? Vielleicht könnte es so aussehen. Das Wort Gottes ist mir gegeben, auf das ich es spreche. Lektion 276 Oh, das Wort Gottes ist mir gegeben, auf das ich es spreche. Ja, warum soll ich es sprechen? Warum soll ich mich überhaupt mit dem Wort Gottes auseinandersetzen? Mein Sohn ist rein und heilig wie ich selbst. Mein Sohn ist rein und heilig wie ich selbst. Ja, wir sprechen von dir. Du bist rein und heilig. So wie die Quelle. Ein reines Selbst. Und daran kannst du nichts verändern. Du kannst es nur vergessen. Und im Vergessen haben wir ziemlich viele Erfolge gefeiert. Letztendlich ist dieser Kurs in Wundern ein Verlernen unserer Ideen, unserer Überzeugungen. Wir verlernen, was wir als Selbstbild uns angetan, beziehungsweise was wir versucht haben, aufrecht zu erhalten. Wir wollen nicht mehr verleugnen, was wir sind. Und wie fühlt es sich jetzt an, wenn du dir sagst, ich bin rein und heilig. Vielleicht ist es noch ein bisschen befremdlich. Ich bin rein und heilig. Und vielleicht musst du es dir heute noch tausendmal sagen. Und in deinem Herzen fühlen. Warum nicht? Du sagst dir ja auch tausendmal am Tag, ich werde nicht geliebt. Oder keiner liebt mich. Das wäre doch eine ganz wunderbare Challenge, wenn du dir heute tausendmal am tausendmal sagst und beginnst es im Herzen zu fühlen, ich bin rein und heilig. Und du hast machtvolle Gefährten an deiner Seite, die dich in diesem unterstützen. Du wirst unterstützt in deiner neuen Sicht auf dich selbst. Und dann hörst du plötzlich deine innere Stimme zu dir sprechen. Du bist rein und heilig, denn du bist es nicht mehr, der es zu dir spricht, sondern plötzlich spricht dein inneres Wesen zu dir. und du erkennst dich selbst wieder. Und dieses innere Wesen, das nennen wir den Heiligen Geist, dein innerer Lehrer, er spricht plötzlich zu dir und sagt dir, du bist rein und heilig. Wow, jetzt weiß ich, wie ich den Fussball behandeln muss, um ans Ziel zu gelangen. Die Stimme zu hören ist nicht das Ziel. Das Ziel ist den Ball ins Netz zu befördern. Das Ziel ist die Einheit in deinem Gott selbst zu erfahren, in dieser Selbsterkenntnis zu verweilen. Und ich sage dir hier erneut, du bist das schon. Und nichts konnte das verändern, egal was du in deinem Leben getan hast oder nicht getan hast, egal wie oft du fremdgegangen bist, egal wie oft du gedacht hast, du bist schuldig, weil hier und dies und jenes geschehen ist, egal wie oft du geheiratet hast oder nicht geheiratet hast oder dich wieder hast scheiden lassen, egal was du getan hast, du bist nach wie vor rein und heilig. Und dieses Selbstbild ist es, die das ganze Universum verändert, denn alles richtet sich danach aus. Ist das angekommen? Bekommst du ein Gefühl, was hier formuliert und gesagt wird? Und das ist die Antwort, die wir der Welt geben. Und das ist die Liebe, die wir der Welt geben. Denn wenn ich mich als rein und heilig erkenne, dann erkenne ich auch dich als rein und heilig. Und somit befinden wir uns in einer heiligen Verbindung mit der ganzen Welt, mit jedem Lebewesen, mit allem, was jemals existiert hat. Sei es ein Stein, ein Grashalm oder ein Mensch oder ein Tier. Diese Allverbundenheit, das ist es, was wir, was du in Wahrheit bist. Es wird Zeit für einen Spirit-Hack. Es wird Zeit für ein neues Selbstbild. Es wird Zeit, dass die alte Geschichte keine Bedeutung mehr hat. Wir erinnern uns an die Lektion 1. Nichts, was ich in diesem Raum sehe, hat irgendeine Bedeutung. Nichts, was ich rieche, nichts, was ich fühle, nichts, was ich spüre, nichts, was ich erfahre, hat irgendeine Bedeutung. Und jetzt nehmen wir die Kontaktlinsen raus, die wir uns selbst aufgesetzt haben, um uns in einem begrenzten Gefängnis zu erfahren, das wir wohl behütet haben, aber jetzt nicht mehr brauchen. Endlich ist es Zeit, diese seltsame Verzerrung, der wir zugestimmt haben, ein Nein zu geben. Ich brauche dich nicht mehr, der Drop ist gelutscht. Ich schaue auf die Wahrheit und die Wahrheit wirkt durch mich. endlich, endlich. Endlich ist die Auferstehung kein weit entferntes Ziel, sondern direkt jetzt verfügbar. Deine geistige Auferstehung. Danke für dein Dasein. Danke für deine Liebe, deine Hingabe und deine Bereitschaft, dein Selbstbild zu verändern. Namaste. 1. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020